Kommt ein Goldbeer geflogen? Goldbeeren können doch nicht fliegen. Du siehst doch, dass sie es können. Und deine Kollegen, die Saftgoldbeeren, haben sogar einen eigenen Flieger. Das glauben wir. Ich bin hier, um sie abzuholen. Wir können ja zusammen warten. Die neuen Saftgoldbeeren von Haribo sind gelandet. Mit 22% Fruchtsaft und weich wie meine Landung. Ich wollte immer schon mal ein Teil fliegen, das so viel Saft hat.